Die Jury hat entschieden, 20 Schulen, die besten 20 Schulen sind jetzt noch übrig und wir wollen sie heute bekannt geben. Vorab kann ich schon mal sagen, dass alle anderen Schulen, die zur Auswahl standen, auch Gewinner sind. Wer da dabei ist in diesem Teilnehmerfeld, hat schon mal das Merkmal, eine gute Schule zu sein. Also alle anderen, die jetzt zuschauen, nicht enttäuscht sein, wenn ihr jetzt gleich nicht hier an der Karte angepinnt werdet. Wir machen das Schritt für Schritt, Schule für Schule. Ich schaue, dass ich sie jeweils auf der Karte hoffentlich finde. Es sind natürlich auch wieder ein paar kleinere Städte dabei, aber das klappt schon. Und dann gehen wir das eine Schule nach der anderen durch. Und wir legen los mit der ersten Schule. Und da müssen wir ziemlich weit in den Süden gehen auf der Karte. Wer ab und an mal Richtung Schweiz auf der Autobahn unterwegs ist, wird die Stadt Singen kennen. Und da ist es die Schule Robert-Gerwig-Schule in Singen. Und die Kamera kommt natürlich mit. Und wir gehen hier ganz unten an die Karte. Und hier ist Singen, westlich vom Bodensee. Glückwunsch an die Robert-Gerwig-Schule Singen. Die nächste Schule in Aschaffenburg. Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg. Also eine Schule aus Bayern. Hier ist Aschaffenburg. Glückwunsch! Und wir freuen uns auf den Schulbesuch in Aschaffenburg. Die dritte Schule. Eine Grundschule. Und da müssen wir ein bisschen in den Norden gehen. Und zwar nach Hamburg. Zur Grundschule an der Hake in Hamburg. Da hatten wir letztes Jahr einige Schulen. Deswegen gibt es hier schon so ein, zwei Löcher an der Karte. Glückwunsch nach Hamburg an die Grundschule an der Hake. Und die nächste Schule ist eine Gesamtschule und zwar in Nordrhein-Westfalen in einer Stadt, die alleine durch Fußball europaweit bekannt ist. Die Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck. Also im Herzen des Ruhrgebiets Gelsenkirchen. Glückwunsch an die Evangelische Gesamtschule in Gelsenkirchen. Unsere nächste Schule ist in Bayern. Da im fränkischen Bereich. Und zwar die Eichendorff-Schule in Erlangen. Glückwunsch nach Erlangen. Hier nördlich von Nürnberg. Also ein Schulbesuch geht auf jeden Fall nach Erlangen. Der nächste Schulbesuch geht nach Sachsen-Anhalt in die Jeze-Schule in Salzwedel. Hier von Magdeburg hochfahren, 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 hochfahren. Und dann landen wir schon fast in Niedersachsen. Schulbesuch nach Salzwedel. Herzlichen Glückwunsch nach Sachsen-Anhalt. Die nächste Schule liegt in Nordrhein-Westfalen nach Gelsenkirchen. Die zweite nordrhein-westfälische Schule ist eine Gesamtschule. Und wir müssen nach Ostwestfalen-Lippe nach Bielefeld zur Friedrich-Wilhelm-Murnau-Gesamtschule. Hier haben wir Ostwestfalen-Lippe und Bielefeld, also einer der Schulbesuche, geht nach OWL. Unsere nächste Schule in Baden-Württemberg, Universitätsstadt. Die Elisabeth von Tadden Schule in Heidelberg. Tasten wir uns hier Richtung Neckar und am Neckar ist Heidelberg. Da liegt die Elisabeth von Tadden Schule und auch da wird es einen Schulbesuch geben. Im Januar, Februar übrigens die Schulbesuche. Und dann werden wir bei allen 20 Schulen vorbeigucken. Auch bei einer weiteren Schule in Baden-Württemberg ist nämlich die Schiller-Schule in Münsingen. Glückwunsch nach Münsingen, hier in der Nähe von Reutlingen auf der Schwäbischen Alb. Und wir freuen uns auch da auf einen Schulbesuch bei der Schiller-Schule. Unsere nächste Schule, oh, nicht Baden-Württemberg, nicht Deutschland, nicht Europa. Wir müssen tatsächlich bis nach Südamerika, denn da hat sich eine deutsche Schule beworben und die ist in den Top 20 angekommen. Herzlichen Glückwunsch an die Mariscal Braun Schule in La Paz, in den Anden in Bolivien. Und natürlich sind wir für alle Fälle vorbereitet. Also das wird in diesem Jahr die weiteste Reise. Die deutsche Schule in Bolivien, in La Paz, hier in den Anden gelegen. Ab nach La Paz. Wir freuen uns auf den Besuch in Südamerika. Unsere nächste Schule, die wir im Januar oder Februar besuchen, hat einen sehr schönen Namen. Wir fahren nach Marburg zur Mosaik-Schule in Marburg, hier westlich von Gießen. Auch da geht einer der Schulbesuche hin, einer der 20 Schulbesuche, die im Jahr 2019, im Januar und Februar stattfinden. Und jetzt geht es, Herbert Grönemeyer würde sagen, tief im Westen geht es weiter, nämlich in Bochum bei der Schiller-Schule. Gelsenkirchen haben wir schon hier im Ruhrgebiet und hier haben wir Bochum, die Schiller-Schule Bochum bekommt auch einen Besuch im Rahmen des Deutschen Schulpreises 2019. Unsere nächste Schule, ein technisch-wissenschaftliches Gymnasium im Saarland und zwar in der Stadt Dillingen. Herzlichen Glückwunsch, wir kommen bei euch vorbei in Dillingen, hier in der Nähe von Saarlouis. Zack, eingefangen von der Kamera, unser Besuch geht auch nach Dillingen. Die nächste Schule ist wieder in Nordrhein-Westfalen, diesmal nicht im Ruhrgebiet, sondern wir gehen Richtung Münsterland und da ist die Schule in Havixbeck. Kosmos Bildung heißt das Ganze, die Münsterland-Schule Tillbeck und die finden wir hier auch auf der Karte Münster, seht ihr hier und ein Stück westlich davon Havixbeck und da werden wir vorbeischauen. Und die nächste Schule, ihr könnt noch ganz beruhigt zu Hause sitzen, es gibt noch einige, also falls eure Schule noch nicht dabei ist, die nächste Schule ist in Baden-Württemberg und da in der Stadt Tuttlingen. Herzlichen Glückwunsch an die Schülerinnen und Schüler, an die Lehrerinnen und Lehrer der Ferdinand-von-Steinbeiß-Schule, so nordwestlich vom Bodensee in Tuttlingen. Fünf Schulen kommen noch, 15 haben wir schon, also könnt noch die Ruhe bewahren, nicht nervös werden, es kommen noch genug Schulen, dass ihr auch dabei sein könnt mit eurer Schule und wir gehen nach Sachsen zur Kurfürst-Moritz-Schule in Moritzburg, der Doppelte Moritz. Herzlichen Glückwunsch an euch, ihr bekommt auch einen Schulbesuch und da ist Moritzburg, hier Dresden, nordwestlich Moritzburg für diejenigen, die das noch nicht kennen. Also vier Schulen kommen noch und die nächste Schule, die sich qualifiziert hat für die Top 20 für den Deutschen Schulpreis im Jahr 2019, liegt in Nordrhein-Westfalen und da in Ostwestfalen-Lippe, es ist die Primusschule der Stadt Minden. Herzlichen Glückwunsch nach Minden, auch da kommen wir im Januar und Februar vorbei. Drei Schulen fehlen noch, dann haben wir die 20 komplett, also drei Chancen gibt es noch für eure Schule, falls sie noch nicht dabei ist. Und unsere nächste Schule ist in, ja so auf der ICE-Strecke zwischen Hannover und Köln würde man da eventuell vorbeikommen und zwar in der Stadt Hamm. Die Gebrüder-Grimm-Schule, herzlichen Glückwunsch an euch, ihr seid eine der 20 Schulen, die besucht werden und zwar hier in Hamm. Zwei Schulen sind noch übrig und die vorletzte Schule, die es geschafft hat in die Top 20 für den Deutschen Schulpreis 2019, ist die Allemannenschule und die ist in Wutersching. Da müssen wir hier runter, Richtung Schweizer Grenze und hier ist Wutersching. Singen hatten wir hier drüben schon und hier ist jetzt die Schule von Wutersching. Und jetzt bleibt noch eine Schule übrig, die 20. Und die 20. Schule liegt in der ehemaligen westdeutschen Hauptstadt in Bonn. Die GGS Kettler Schule ist unsere 20. Schule in Bonn. Zack, nochmal ein Pin hier nach Bonn. Also das sind unsere 20 Schulen, die dabei sind in der nächsten Runde. Die werden besucht, die bekommen Schulbesuche. Die Jury wird dabei sein, Teile der Vorjury. Auch wir als Moderatoren-Team kommen bei einigen Schulen mit und freuen uns dann vor Ort einen Eindruck zu machen. Und am Anfang Juni ist dann die Preisverleihung in Berlin. Das wäre dann die nächste Runde wieder. Also aus den 20 Schulen werden 15. Und wir haben, glaube ich, eine ganz bunte und große Auswahl, wenn wir das hier sehen. Von Moritzburg bis Bonn, von Wutersching ganz im Süden bis hoch nach Hamburg. Also da ist doch einiges abgedeckt und wir freuen uns da auf spannende Schulbesuche und werden da vorbeikommen. Jetzt erstmal Glückwunsch an alle, die dabei sind und an die Schulen, die nicht dabei sind. Das habe ich ganz am Anfang schon gesagt. Ist schon ein Merkmal, wenn man in der Auswahl, auch der letzten 50 war, wenn man die Bewerbung durchgekommen ist. Auch da hat man schon eine gute Schule und es gibt ja immer wieder die Gelegenheit, sich auch nochmal zu bewerben. Von daher Glückwunsch an alle, die in der Top 20 sind und danke an alle anderen, die auch zugeschaut haben. Wir halten euch auf dem Laufenden über die Schulbesuche. Bis dann. Ciao, macht's gut.